hallo leute willkommen zurück ich bin es wie mal jan und ja es geht gibt wieder ghosts ja ich spiele den deathmatch auf raid mit der k7 und ja alles andere seht ihr ja ich denke man wollte jetzt nicht mehr alles sagen falls ihr es doch wissen wollt müsst ihr es mir sagen und ja ich dachte mir spiel jetzt lieber team deathmatch einfach weil aufgeputscht doch ein bisschen kurz war und ja dann mache ich jetzt aua scheiße von hinten mann mache ich dem deathmatch und wird dann schon schief gehen und ja mal gucken eigentlich bin ich aufgeputscht besonders halt alleine irgendwie lieber und ja mal gucken vielleicht dann einfach mal bald zwei runden aufgeputscht mal in einem video machen also zumindest wenn ich genug zeit dafür habe und je nachdem wie dann die runden auch gehen und mal gucken so sind die gegner da oben ist einer gut es ist nein ernst so kommen sind die neuen gegner da wird einer sein hallo wow nice nächster gut dass die mir gerade wow ja ich habe gerade gesehen ich dachte so der ist tot und dann sehe ich so seinen namen und dann zu spät egal ähm lol lol hä wollt ihr mich verarschen egal egal wird schon schaffen aber es war nett von den gegnern dass die mir gerade so in die arme gelaufen sind ey komm jetzt wollt ihr mich verarschen alter was ist denn das jetzt kriegt ja mal gar nichts hin das ist nicht sehr gut so komm zack da tötet jetzt was hab ich dazu entschieden naja fast zumindest angereditscht komm da war irgendwo einer ich weiß auch nicht genau wo äh hinten irgendwo unter mir okay alter wird er jetzt nicht gestorben ne dann dann hätte es aber hier dann wäre es ja aber los gegangen so der ist tot diesmal alter wo ist der alter ich werde die ganze zeit angeditscht von überall und sehe die gegner nicht mal das ist nicht sehr nice so ja die schreibe ich gleich leute nein oh man ich wollte die messer oh ey das könnte auch mal ein bisschen besser laufen oder ein bisschen aber egal so komm ey wollte ich mich verarschen zwei ganaten are you kidding me lol ja es läuft gerade auf jeden fall sehr scheiße oh man sieben sechs ey was ist denn das die gegner kämen und ich bin zu dumm hier und zu töten und warum machen die alle die türen zu muss man hier so weit laufen immer so komm puh fast hätte ich mich selber getroffen mit der blend das wäre nicht so schön gewesen nein nicht wirklich lol alter was mache ich denn ey man ich könnte ich muss mal irgendwie mehr spielen irgendwie gerade voll schlecht man so jetzt noch ein bisschen vorsichtig mehr oder weniger rumlaufen so das ist der nächste ist okay das geschützt werde ich gleich erstmal leute nein nein aber mann ich dachte ich kann es zum hinweilen und knifen aber hat leider nicht mehr geklappt ey 9-7 das wird auf jeden fall jetzt mal länger ohne ey so eine lange runde team dürfen natürlich auch schon lange nicht mehr aber gut wenn die gegner ganze zeit kämpfen dann ist es verständlich so und ja gut dann machen wir das mit einer granate und hoffen wir dass das gilt ja nice so jetzt mal kurz warten ich denke mal da wird gleich noch einer kommen so ein paar sekunden nein doch nicht okay dann laufe ich halt wenn keiner von euch kommen will dann komme ich halt ne so schön nächster weg oh da ist einer da muss ich jetzt auch wow drei leute jau drei leute und ich darf nicht mal den einen oh man ja das hast du sehr gut gemacht Jan erstmal schön selbst blenden wat und wo wird denn jetzt irgendwo geschossen Mann okay die war jetzt richtig behindert geworfen wo sind die gegner Mann ich finde die voll nicht ey das ist schlimm in die so camp ey da findet man die nicht mal ist das geschützte überhaupt noch egal keinen Bock zu gucken so komm hier okay der ist gerade hinter mir nein das war meiner what wo sind die gegner Mann das ist doch unglaublich wo sind die ich habe langsam das gefühl als wir nicht campen sondern sich wirklich verstecken na gut ich bin anscheinend der einzige der irgendwie gerade keine gegner findet aber hey dann verstecken die sich halt von mir dann extra von mir weg und ja dann töten die meine Mates oder meine Mates töten sie was auch immer aber ich habe mir jetzt noch nicht mal wieder ihn gefunden yay so gucken hier kommen noch oft welche mal eine Blend okay eingetroffen nice nein ey dann sind es schon wieder von hinten oh man ich wollte eigentlich die Kicker mal gucken hab ich sehr gedrückt ja im Genius ja das Spawnsystem ist einfach geil naja fast nein Mann ich konnte mich nicht hinlegen weil da die Wand war das ist doch nicht ja ey das ist das Spawnsystem ist echt das Schlimmste an dem Game ey das geht echt gar nicht das ist einfach das geht nicht das Spawnsystem das ist einfach nur scheiße ey wer macht die ganze Zeit die Türen zu das ist scheiße komm lass die Tür auf so alter ja treffen muss auch gelernt sein wenn du einen Assist bekommen so schön so hier ist doch bestimmt gleich irgendwo einer oder auch nicht wo sind die ey das ist doch was ist das für ein Game man ich finde die Gegner nicht und wenn dann kommen fünf von hinten toll okay da hinten sind die Leute sag nicht die Campen da jetzt das wäre ja ein bisschen echt so komm ja ist dann schon vorbei gut äh naja ist jetzt nicht so das Spannende Game 1510 aber ich denke mal es wird okay sein äh und ja dann hoffe ich natürlich wie immer dass es euch gefallen hat und ich sag's wie immer tschüss bis zum nächsten Mal